Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Ich bin Benjamin Gollmer, herzlich willkommen. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie gerne auf die neue Ausgabe der Schweizer Zeit hinweisen. Dieses Mal unter anderem mit folgenden Themen. Der Basler Musiker und Publizist David Klein spricht Klartext. Er sagt, Antizionismus ist Antisemitismus. Der Thurgauer Rechtsanwalt und Kantonsrat Hermann Lay interviewt einen Lehrer, der sowohl im Islamunterricht als auch während der schulischen Sexualaufklärung sehr spezielle Erfahrungen machen musste. Und ein deutscher Ingenieur analysiert das von Großwindrädern ausgehende Sicherheitsrisiko und warnt vor der Unterschätzung offensichtlicher Gefahren. Die Schweizer Zeit können Sie abonnieren unter www.schweizerzeit.ch und eine exklusive Produktion der Schweizer Zeit läuft auch jede Woche am Montag im Kontrafunk. Nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Wir sprechen über die deutsche Wirtschaft. Die wächst langsamer als die Konkurrenz der G7-Nationen. Eigentlich wächst sie gar nicht. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat kürzlich erklärt, dass er damit gerechnet hat. In Bezug auf die Bauwirtschaft sagte er. Hintergrundmusik ist natürlich, und das soll überhaupt nicht zynisch klingen, dass das im Grunde so geplant war. Hohe Inflation wurde bekämpft von der Europäischen Zentralbank mit höheren Zinsen. Unser Gast zu diesem Thema ist Prof. Stefan Kurz, Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Außerdem bei uns. Vor vier Jahren war Covid-19. Heute gibt es zarte Pflanzen der Aufarbeitung. Zum Beispiel im ZDF. Dort wurde Hessens ehemaliger Ministerpräsident Volker Bouffier nach Fehlern gefragt. Ich halte überhaupt nichts von der albernen Frage, wer ist schuld an was auch immer. Erstens nützt das nichts und zweitens bringt das auch nichts für die Zukunft. Unterm Strich glaube ich, dass wir in Deutschland alles in allem gut durch diese Zeit gekommen sind. Darüber sprechen wir mit dem Infektiologen Prof. Matthias Schrappe. Er hatte die deutsche Pandemie-Politik schon früh kritisiert und tut das auch rückblickend. Wenn er dem Krisenmanagement eine Schulnote geben würde, dann wäre das eine Vier mit Tendenz nach unten. Und wir begrüßen Silvia Pantel. Sie war zwei Legislaturen, direkt gewählte Abgeordnete des Bundestags, rund 28 Jahre Mitglied der CDU und saß im Bundesvorstand der Frauenunion. Das alles ist Vergangenheit. Pantel ist ausgetreten bei der CDU und bei der Werteunion eingetreten. Über ihre Beweggründe werden wir heute sprechen. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Die deutsche Ampelkoalition bezeichnet sich selber als Fortschrittskoalition. Die Politiker von SPD, Grünen und FDP wollen moderne Antworten auf gesellschaftliche Fragen geben. Kiffen ist legalisiert, der Wechsel des Geschlechts ist ein Kinderspiel und Zuwanderung unbedingt erwünscht. Doch wenn es um harte Fakten geht, ist es mit der Party schnell vorbei. Die deutsche Wirtschaft stottert. Laut internationalem Währungsfonds wird die deutsche Wirtschaft um 0,2 Prozent wachsen. Das ist weniger als erwartet und das ist die schlechteste Wachstumsrate der G7-Nationen. Während die Weltwirtschaft stabil wächst, steckt Deutschland in der Rezession. Darüber sprechen wir nun mit Professor Stefan Kurz. Der Ökonom ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Herr Kurz, guten Tag. Hallo. Im vergangenen Jahr ist das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland geschrumpft. Ein Aufschwung scheint in diesem Jahr auszubleiben. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Ja, das sehe ich etwas anders. Zunächst erstmal zum Internationalen Währungsfonds. Der liegt ja mit seiner Prognose genau in dem Spektrum, was auch die Institute hierzulande und auch die Gemeinschaftsdiagnose zuletzt aufgespannt hat. Das war also keine wirkliche Überraschung. Was aber sehr oft in der öffentlichen Debatte durcheinander geht, ist die geringe Zuwachsrate für das Jahr 2024. Gemeinschaftsdiagnose hat 0,1, der IMF jetzt 0,2 und dem konjunkturellen Muster, was dahinter liegt. Denn sowohl hier in den Institutsprognosen in Deutschland, aber eben auch beim IMF steht dahinter, dass sich im Verlauf des Jahres die Wirtschaftsleistung allmählich erholt. Und das ist dann eben ein, zwar schwacher, aber immerhin ein gewisser Aufschwung, ohne den wir nicht einmal diese geringen Zuwachsraten überhaupt darstellen könnten. Also man muss ja aufpassen, dass man nicht die sehr geringen Zuwachsraten für den Jahresdurchschnitt verwechselt mit dem dahinterliegenden Konjunkturbild. Wir mögen auch gute Nachrichten, ist ja klar. Aber ob 0,2 Prozent jetzt eine gute Nachricht ist, man könnte fast sagen, das liegt ja noch innerhalb der Standardabweichung, die man in der Statistik hat. Ja, das ist natürlich keine gute Nachricht. Das ist ganz klar. Das hängt ja auch damit zusammen, dass wir sehr schwach über das Winterhalbjahr gekommen sind. Das macht sich jetzt eben auch in diesem Jahresdurchschnittsergebnis bemerkbar und ich möchte auch hier natürlich nicht schönreden. Aber man muss erst mal auseinanderhalten, auch gerade bei diesen internationalen Vergleichen, dass sich unterschiedliche Länder eben in unterschiedlichen Konjunkturphasen bewegen können. Und das macht dann immer diese Länderrankings etwas problematisch. Und eben den tatsächlichen Wachstumskräften, also unabhängig von den konjunkturellen Schwankungen. Und da haben wir eben maßgeblich ein Problem in Deutschland. Also selbst wenn wir wieder zur Normalauslastung zurückkehren, also die Rezession hinter uns lassen, die Erholung durchläuft und wir dann wieder bei einer normalen gesamtwirtschaftlichen Kapazitätsauslastung ankommen, dann sind wir eben auf einem Wachstumspfad, der Jahr für Jahr sehr wenig Zuwächse erlaubt, so wie wir das derzeit einschätzen müssen. Nur mal zum Vergleich. Wir sind in den vergangenen Jahrzehnten mit jährlichen Zuwachsraten von 1,3 Prozent im Schnitt durchs Gelände gegangen. Das war also das, was die deutsche Wirtschaft Jahr für Jahr bei Normalauslastung zusätzlich hat produzieren können. Und diese sogenannte Potenzialwachstumsrate, die schrumpft doch jetzt in relativ kurzem Zeitraum zusammen auf unter 0,5 Prozent. Das ist eben das, was uns tatsächlich zu schaffen macht, dass wir relativ geringe Zuwächse im Produktionspotenzial erwarten können. Das eine sind diese gesamtwirtschaftlichen Zahlen. Wenn wir dann mal zu den Schicksalen gehen und zu den Betrieben, merken wir doch und stellen fest, dass im Grunde genommen fast täglich Meldungen reinkommen von Traditionsbetrieben, die entweder ihre Produktion aus Deutschland rausverlagern, zum Beispiel Stiel oder Miele oder Unternehmen, die Insolvenz anmelden. Also ist das jetzt nur ein Gefühl, dass auch der Mittelstand wegbricht oder können Sie das auch belegen in Ihren Zahlen? Ja, also von Wegbrechen würde ich nicht sprechen. Das würde die Sache zu sehr dramatisieren. Und einzelne Unternehmen verlagern Produktionsstandorte. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Das muss man immer sozusagen aufmerksam zur Kenntnis nehmen, aber auch gleichzeitig vorsichtig sein aus dem, was einzelne Unternehmen tun oder lassen, sofort auf den gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt zu schließen. Deshalb ist es ja gerade die Stärke der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung, dass man sich eben nicht anekdotisch an einzelnen Unternehmen aufhängt, sondern eben schaut, was ist denn für die Gesamtwirtschaft der Fall. Na, Ihre Kollegen aus Halle haben so etwas ja erstellt. Also das Institut für Wirtschaftsforschung Halle ermittelt Insolvenzen seit 2016 und wir haben jetzt einen Höchststand seit 2016, ein Rekord und zwar im März 2024. Das, was ich jetzt sage, soll nicht zynisch klingen. Deshalb aber so ein Disclaimer vorab, weil das sehr schnell missverstanden werden kann. Insbesondere, weil das für die Betroffenen natürlich, da haben Sie völlig recht, bei jeder Insolvenz natürlich ein hartes Schicksal sein kann. Aber wir kommen aus einer Zeit, wo man eher von einer Insolvenzflaute sprechen muss. Das klingt jetzt auf den ersten Blick seltsam, aber zum normalen Strukturwandel eines erfolgreichen Wirtschaftsraums gehören auch Insolvenzen. Also das ist ja gerade der Mechanismus, über den Marktprozesse diejenigen aussortieren, die eben nicht produktiv genug sind, um ihre Produktion rechtfertigen zu können. Und wir haben in den vergangenen Jahren, insbesondere dann auch nochmal in den Pandemiejahren, wo wir ja auch mit staatlichen Hilfen sehr vielen Unternehmen unter die Arme gegriffen haben, auch solchen, die unter normalen Bedingungen diese Zeit überhaupt gar nicht überlebt hätten. Wir haben dort, so seltsam es klingt, eher zu wenig Insolvenzen gehabt. Zumindest müssen wir hier sagen, dass die Gefahr besteht, dass wir dadurch den Strukturwandel zu sehr aufgehalten haben und dass das dann natürlich auch ein Problem für die Produktivitätsentwicklung ist. Und ein Teil davon, insbesondere den in der Pandemie dann ja auch zurückgestauten Insolvenzen, die werden jetzt nachgeholt. Deshalb würde ich aus dem Insolvenzgeschehen jetzt noch keine größeren Strukturprobleme ableiten. Da möchte ich mal einen neuen Begriff in die Volkswirtschaftslehre einbringen, das ökonomische Dreieck zwischen Robert Habeck, Markus Krall und Stefan Kurz. Ich bringe das mal zusammen, was ich damit meine. Markus Krall spricht seit Jahren von Zombie-Unternehmen, die nur durch staatliche Hilfen und niedrige Zinsen am Leben erhalten werden. Robert Habeck sagte ja auch, dass die Probleme in der Bauwirtschaft deswegen da gewesen sind und auch erwartbar waren, weil die Zinsen gestiegen sind. Und Stefan Kurz sagt etwas Ähnliches. Also ist das eigentlich ganz normal und eine Entwicklung der Zinsen, die gestiegen sind? Die Zinsentwicklung spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Wenn Sie zu lange Zeit zu niedrige Zinsen haben, dann hält das eben auch die Insolvenzen auf und damit Unternehmen am Markt, die sonst ausscheiden müssten. Das ist sehr schwer zu berechnen, in welchem Ausmaß das jetzt tatsächlich auftritt. Aber von der Grundlogik her hat das schon etwas für sich. Was die Bauwirtschaft angeht, da haben wir ja tatsächlich den größten Einfluss der Zinsen, weil wir es hier mit langlebigen Wirtschaftsgütern zu tun haben, und zwar den langlebigsten überhaupt. Und je dauerhafter ein Gut genutzt werden kann, desto stärker ist dort der Einfluss der Zinsen. Und wir haben im Baubereich eine Preisentwicklung insbesondere gesehen in den vergangenen Jahren, die weitaus kräftiger war als im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft. Das hat auch etwas damit zu tun in Deutschland, dass während der Pandemiezeit viel gespart wurde. Das ist dann auch, nachdem die Pandemie überwunden wurde, nicht in den Konsum zurückgeflossen, sondern hat wohl im Wesentlichen dann Bauinvestitionen angeregt. Weil dort aber die Kapazitäten beschränkt waren, hat sich das dann entsprechend preissteigernd geltend gemacht. Dann kam die Zinswende, die natürlich notwendig war, weil die Notenbank eher zu lange hinter der Kurve geblieben war, um die Preisstabilität wieder zu gewährleisten. Und das schlägt jetzt natürlich voll auf die Bauwirtschaft durch, wo wir ein sehr hohes Preisniveau haben und nun Finanzierungskonditionen, bei denen kaum noch Projekte rentabel sind. Deshalb sind dort dann ja auch die Auftragseingänge wie ein Stein ins Wasser gefallen. Und da ist ganz klar, da müssen sich dann insbesondere die Preisniveaus korrigieren, bevor es wieder aufwärts gehen kann. Das ist aber auch gleichzeitig eine gute Nachricht in dem Sinne, dass wir im Baubereich, zumindest was die konjunkturellen Schwierigkeiten angeht, dort eine Branche haben, die sich durch entsprechende Preiskorrekturen selber wieder flott machen kann. Und es ist eben keine Branche, die vor strukturellen Problemen steht, etwa einem strukturellen Überkapazitäten oder Nachfragemangel oder so etwas. Blicken wir nochmal auf die Zahlen des IWF. Also ein Ziel der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung war es ja, Russland international zu isolieren und praktisch in die Pleite zu sanktionieren. Laut IWF wächst Russlands Wirtschaft, aber scheitert die Sanktionspolitik? Es war ja von Anfang an klar, dass Sanktionen erstens sehr lange Zeit brauchen, wenn sie wirken sollen und dass sie eben nicht unter Garantie wirken. Und wenn man sich ein kriegsführendes Land anschaut, dann ist es eben wichtig, dass möglichst keine Güter in das Land gelangen. Also entscheidend ist ja, dass man die Kriegsfähigkeit eines Landes dadurch mindert, dass man sie von den Ressourcen der übrigen Welt abschneidet. Darauf hätte man meines Erachtens oder sollte man weiterhin den Fokus legen. Wir haben sehr viel darüber debattiert, ob wir noch Güter aus Russland beziehen sollten. Da war das Argument immer, man finanziert damit den Krieg. Das halte ich jetzt für nicht so maßgeblich, denn solange es Länder gibt, die noch bereit sind, Güter nach Russland zu liefern, kann Russland sie dann eben immer auch mit Rohstoffen bezahlen. Da ist also nicht so entscheidend, dass man sie von den westlichen Finanzierungsströmen abschneidet. Von daher wäre es wahrscheinlich noch wirksamer, wenn man eine möglichst große Allianz aus Ländern bildet, die eben weniger nach Russland exportieren. Und was die Zuwachsraten der Wirtschaftsleistung in Russland anbelangt, nun dafür können sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes die russischen Konsumenten nichts kaufen. Denn das, was jetzt in Russland hochgefahren wird, das ist die Rüstungsproduktion und das geht natürlich zu Lasten der konsumnahen Wirtschaftsbereiche. Und hier werden natürlich auch die westlichen Sanktionen eine Rolle spielen, weil bestimmte Komponenten jetzt fehlen. Deshalb würde ich die Zuwachsraten in einer Kriegswirtschaft nicht zu hoch bewerten. Wenn wir dieser Argumentation von Robert Habeck folgen, ist der Krieg verantwortlich für Inflation und Zinsentwicklung, dann könnte man ja sagen, da brauchen wir jetzt wohl offensichtlich eine Einigung. Unter anderem ja auch deswegen, weil es militärisch im Moment auch nicht gut aussieht für den Westen in diesem Krieg. Wenn man sich einigen könnte und die Sanktionen relativ schnell abbauen könnte, was würde das dann für die deutsche Wirtschaft bedeuten? Also das ist jetzt, glaube ich, nicht der große Game Changers, weil es steht auch gar nicht zur Debatte. Noch einmal, die Normalisierung der Zinspolitik, die hätten wir so oder so gesehen. Die ist jetzt nicht nur dadurch bedingt, dass es jetzt energiepreisbedingt ein Preisauftrieb gegenüber Russland. Aber nehmen wir das doch mal an. Also es ist natürlich im Moment nicht zur Debatte, da sind wir uns einig. Aber was würde es denn bedeuten, wenn wir wieder Gas bekommen würden oder Gas annehmen würden, Öl annehmen würden und hingegen die Rüstungsproduktion für die Ukraine und Finanzhilfen für die Ukraine zurückfahren könnten? Gibt es dafür keine Szenarien bei der Bundesregierung? Das müssten Sie dann die Bundesregierung fragen. Aber meines Erachtens gibt es die Szenarien nicht, weil das eben gar keine politische Option ist. Und deshalb, glaube ich, gibt es da auch in dem Bereich dann eben keine Untersuchungen. Also wie gesagt, wir haben solche Szenarien nicht angestellt, weil es sich eben derzeit gar nicht anbietet, dass das überhaupt ein realistisches Szenario sein könnte. Wenn eine Einigung keine politische Option ist, dann scheint ja ein weiterer jahrelanger Krieg die Option zu sein, die einzige, die jetzt hier aus Ihrer Sicht auf dem Tisch liegt. Ja, das ist zumindest das, was wir derzeit in die Konjunktur- und Wachstumsprognosen hineinschreiben müssen, sozusagen, weil wir nicht wissen, wann dieser Konflikt befriedet werden kann. Das ist die beste Annahme, die, dass man eben den Status Quo fortschreibt. Und das bedeutet, dass es eben auch bislang für uns jedenfalls unabsehbare Zeit dort keine Befriedung gibt. Deutschlands Wirtschaft wird in diesem Jahr praktisch nicht wachsen. Im Vergleich mit anderen Industrienationen, der G7 ist das Wachstum auf dem letzten Platz. Dass solche Vergleiche international immer auch problembehaftet sind, hat uns Professor Stefan Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft erklärt. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Das ist das Wachstum auf dem nächsten Mal. Professor Christian Drosten hat ihn bereits. Lothar Wieler und Klaus Sichutek ebenfalls, MyLab und die Biontech-Gründer ohnehin. Sie alle sind Träger des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Sie alle für Engagement während Covid-19. Nun kommt bei uns ein neuer Vorschlag für das Bundesverdienstkreuz. Dr. Michael Andrick, nominiert im Kommentar des Tages. Es gibt sie noch. Unerschrockene Journalisten, die alles daran setzen, die Wahrheit über das Regierungshandeln herauszufinden. Das kleine Multipolar-Magazin erzwang auf dem Klageweg die Veröffentlichung der RKI-Protokolle und stieß so eine kollektive Selbstbesinnung in Sachen Corona-Krise an. Ich schlage vor, die Herausgeber Paul Schreier und Stefan Korinth dafür mit dem Bundesverdienstkreuz zu ehren. Ihre Arbeit macht die große Erzählung von der tödlichen Pandemie, deren Abwehr angeblich alle Mittel rechtfertigte und keine roten Linien einzuhalten erlaubte, wie Bundeskanzler Scholz sich damals ausdrückte, endgültig unhaltbar. Manche haben schon 2020 angemerkt, dass am Pandemiegeschehen vieles überraschend geplant aussah. Paul Schreier erzählte im Bestseller Chronik einer angekündigten Krise bereits 2020 die Geschichte von Krisenübungen wie Event 201, in der Ende 2019 ein internationales Gremium probte, wie auf die Ausbreitung eines neuartigen Coronavirus zu reagieren sei. Dabei wurde erwogen, wie gehorsam er wirkt und Fehlinformationen, also all die Informationen, die den Gehorsam gefährden könnte, bekämpft werden kann. Er schildert auch minutiös das sachlich damals nicht begründbare, aber dennoch global und koordiniert erfolgende Hochkochen des Virusthemas in der Presse. Erinnern wir uns, im März 2020 hat das RKI seine Gefährdungseinschätzung bezüglich des Coronavirus von mäßig auf hoch geändert und so den politischen Weg freigemacht für ein dreijähriges Martyrium destruktiver Corona-Maßnahmen. Auch diese Entscheidung erfolgte, wie wir jetzt wissen, sachlich unbegründet, aber behördlich koordiniert und gegen die fachliche Einschätzung der RKI-Experten. Maßgeblich war das, Zitat, übers Wochenende erfolgte Signal eines Unbekannten, die Sache wiederum, Zitat, hoch zu skalieren. Der fragliche Name ist geschwärzt, wie viele Passagen der mühsam vom Multipolarmagazin freigeklagten Protokolle. Dokumente, die eine wissenschaftliche Abwägung übers Wochenende belegen, existieren nicht, wie die Anwaltskanzlei Raue für das RKI mitteilt. Der Absturz des Landes ins Regime immer neuer Maßnahmen, die Grundrechte verletzten und viele wirtschaftlich oder gesundheitlich ruinierten, erfolgte willkürlich und sachgrundlos. Das von einem früheren CDU-Abgeordneten geführte Bundesverfassungsgericht segnete das Corona-Regiment später ab. Das RKI habe ja schließlich eine hohe Gefährdung durch SARS-CoV-2 festgestellt. Mit diesem Hinweis verzichteten Gerichte aller Ebenen auf eigene Sachverhaltsklärung und kuschten auf Regierungskurs. Willkürlich und sachgrundlos, wie spätestens jetzt alle wissen. Und immer mit katastrophalen Folgen für Bürger, die nichts als ihr Recht suchten. Wir wurden von Politikern und Journalisten in vernünftige und unvernünftige oder sogar in sozial Schädlinge und solidarische auseinanderverleumdet. Auch bestimmte Berufsgruppen zu einer experimentellen Gentherapie zu zwingen, war nur im Namen der tödlichen Pandemie denkbar, die das RKI mit seiner willkürlichen und sachgrundlosen Hochstufung der Gefährdungseinschätzung plausibel machte, die es jedoch im März 2020 nach Urteil der dortigen Fachleute überhaupt nicht gab. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Schreier und Korinth kann der Beginn einer Relegitimierung der Bundesrepublik in den Augen von Millionen Bürgern werden, die jahrelang willkürlich und sachgrundlos vom Staat geschädigt, von Politikern und Journalisten beleidigt und von vielen staatlich desinformierten Mitläufern ausgegrenzt wurden. Das war der Kommentar des Tages von Dr. Michael Andrick. SPD-Politiker fordern ein Sondervermögen für innere Sicherheit. Der Iran schießt Raketen auf Israel und Gelsenkirchen verbietet E-Roller. Die Tagespolitik ist spannend und Medien hecheln von einem Aufreger zum nächsten. Aber was ist eigentlich mit den Aufregern von gestern? Was ist mit Milliardenverschwendung bei Impfstoffen, Milliardenverschwendung bei Maskenkäufen und Milliardenbetrug bei Corona-Hilfen? Was ist mit den humanitären Auswirkungen der Covid-Maßnahmen? Was ist eigentlich mit der Aufarbeitung der Corona-Pandemie? Übernehmt Verantwortung ist der Appell von Prof. Matthias Schrappe. Der Infektiologe und Gründungspräsident des Aktionsbündnis Patientensicherheit fordert Aufarbeitung und das Eingestehen von Fehlern. Herr Schrappe, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen, Herr Gornel. Im ZDF liefen in den vergangenen Wochen mehrere maßnahmenkritische Reportagen. Die RKI-Protokolle haben für Aufregung gesorgt und die FDP fordert eine Enquete-Kommission. Ist die Corona-Aufarbeitung in Schwung gekommen? Ja gut, man redet zumindestens darüber, ob eine Aufarbeitung in Gang gesetzt werden kann, die über den Austausch von Höftigkeitsfloskeln und vorbefertigten Entschuldigungsformeln hinausgeht. Das wird sich politisch noch zeigen. Zumindest ist man zur Zeit dabei, zu überlegen, wie man das gestaltet. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Bück, sprach davon, dass uns die Aufarbeitung durch den Ukraine-Krieg ein Stück weit genommen wurde. Also abgesagt wegen anderer Sorgen. Ist das für Sie legitim, das so zu begründen? Ist das plausibel? Ja, plausibel ist es schon. Auch die Wähler können ja nur ihr Interesse, ihre Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Zahl von Krisen richten. Das liegt der Natur des Menschen und auch der Natur der verfügbaren Aufmerksamkeit. Trotzdem muss man sagen, die Ukraine-Krise ist ein schwerwiegendes Faktum. Aber die Pandemie mit der Relativierung eigentlich für unverzichtbar gehaltener Grupptrechte und so weiter ist natürlich noch präsent und war ein Eingriff, den wir eigentlich in unserem Land selbst seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben. Hessens Altministerpräsident Volker Bouffier hat sich auch im ZDF zu Wort gemeldet. Er sagte, Deutschland sei im Großen und Ganzen gut durch die Pandemie gekommen. Also das Gut durch die Pandemie, das hört man derzeit häufiger. Das klingt nach Schulnote 2. Welche Note würden Sie geben? Eher Schulnote 4. Also meinetwegen ausreichend. Aber wir sind gut da durchgekommen. Was auch der Gesundheitsminister ja immer wieder sagt, das ist eine komplette Überschätzung und vor allen Dingen eine schräfliche Selbstüberschätzung. So kann eine konstruktive Kritik nicht laufen. Wir müssen schon ein bisschen dahin gehen, wo es weh tut. Und da müssen wir reden über, haben wir die Infektion richtig eingeschätzt? Haben wir die Prävention optimal gestaltet? Was war mit den Alten, in denen die vorerkrankt waren und in den Altersheimen gestorben sind? Was ist mit den Kindern gewesen? Also wir können unmöglich sagen, dass wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Also deswegen 4 ist noch eine relativ gnädige Notenvergabe. Dann blicken wir mal ins Detail. Es war früh bekannt, dass vor allem ältere Menschen mit mehreren Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für Covid-19 hatten. Daraus wurde abgeleitet, dass die Gesamtbevölkerung Kontakte reduzieren müsste, damit diese Gruppe dann quasi mitgeschützt wird. Wie effizient war dieses Vorgehen aus Ihrer Sicht? Dieses Vorgehen war nicht effizient. Es stellt den Grundfehler des Vorgehens in Deutschland und anderen westlichen Ländern dar. Also ich lief jetzt gerade diese Charité-Serie mit einer Staffel, die im 19. Jahrhundert spielt. Damals hatte man gerade Bakterien und später dann Viren erkannt, dass sie überhaupt da sind. Damals war das verständlich, dass man sagte, okay, wir gucken da drauf, dass sich die Erreger nicht von einem Menschen auf den anderen übertragen. Und das ist sozusagen alles, was wir tun. Mittlerweile ist die moderne Infektiologie, also die Lehre von den Infektionskrankheiten, deren Verhinderung und deren Behandlung weiter fortgeschritten. Und der wichtigste Punkt ist, wir müssen den Erreger in den Blick nehmen und dessen Übertragung völlig klar, aber gleichberechtigt daneben sehen, welche, wir nennen das Wirte, also welcher Natur die Patienten sind, die besonders gefährdet sind. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man einen Patienten, der mal wegen einer Chemotherapie durchmacht, einem Infektionsrisiko aussetzt oder einem Gesunden oder einem Alten oder einem Jungen oder einem Herzkranken oder einem Diabetiker oder einem Gesunden, der überhaupt nichts hat. Also die Wirtseigenschaften sind genauso wichtig für das Entstehen einer Infektionskrankheit wie der Erreger selbst. Das Dritte im Bunde sind die sozialen Umfeldbedingungen, also wie zum Beispiel, sie erinnern sich an die fleischverarbeitende Industrie, die Unterbringung zum Beispiel in Pflegeheimen. Aus dieser Trilogie entsteht eigentlich erst das, was wir als Infektionskrankheit kennen. Und diese beiden letztgenannten, also die Wirtseigenschaften und die Umgebungsfaktoren, haben wir sträflich vernachlässigt. Eine moderne Herangehensweise hätte die Erreger-Eigenschaften mit der Mutation etc. pp. gleichberechtigt neben die Wohnsituation, die soziale Situation und die Wirtseigenschaft gestellt. Und bei den Wirtseigenschaften wäre uns natürlich als erstes die Altersverteilung aufgefallen und man hätte deswegen darauf besonders achten müssen. Das war ein Urfehler in der ganzen Planung hierzulande. Wenn über diese Zeit gesprochen wird, kommt fast immer das Symbol Bilder von Bergamo. Auch Volker Bouffier hat das wieder angesprochen als ein Schockerlebnis. Andere sind aber der Auffassung, die Bilder wurden falsch interpretiert. Und diese Lastwagenkolonne kam nur deswegen zustande, weil es dort einen Einäscherungszwang gegeben hat, den es vorher nicht gegeben hat. Und weil andere Maßnahmen eben dazu geführt haben, dass es zu diesen Bildern kam. Wie sehen Sie denn diese Bilder von Bergamo heute? Eigentlich dürfte das gar nicht mehr strittig sein. Es hätte der Bayerische Rundfunk, die Faktenchecker haben das ja ausgearbeitet. Es waren neun Lastwagen, die, wie Sie sagen, gar nicht aus dem Grund, dass da jetzt sozusagen so viele Todesfälle waren, dass man nicht mehr mit der Bestattung hinterhergekommen wäre, es hier auf den Weg gemacht haben, sondern weil man Begräbnisfreier mehr räumlich verteilen wollte, damit da nicht weitere Ansteckungen vorhanden waren. Es sind neun Lastwagen gewesen. Die sind auf diesem ikonischen Foto zu sehen gewesen. Und man hat den Eindruck, dass da sozusagen jetzt ganze Kolonnen von Lastwagen Leichen wegtransportieren. Das, was wir in Bergamo gesehen haben, ist nicht etwa alleine eine Epidemie, sondern ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem, das falsch vorbereitet und falsch organisiert war. Der Kernfehler in Bergamo war, dass nicht rechtzeitig erkannt worden ist, obwohl es da ja Anzeichen für gab. Dass es sich hier um eine übertragbare Infektionserkrankung handelt. Und dann gibt es da nämlich, wenn man mit Erfahrung da dran geht, einen Kernfehler, dass man nämlich alle Leute ins Krankenhaus strömen lässt, wodurch die Krankenhäuser selbst zu einem Hotspot werden. Hätten die ihre eigenen Präventionsprogramme befolgt und sie nicht ad acta gelegt, weil man meinte, so eine Situation wird nie mehr auftreten. Übrigens genauso wie in Deutschland. 2013 sind die Pandemiepläne gar nicht mehr weiterentwickelt worden. Wenn man da also kundig drangegangen wäre, hätte man die Situation in Bergamo ohne weiteres beherrschen können. Volker Bouffier sagte im ZDF auch, man dürfe jetzt nicht nach Schuldigen suchen. Jetzt mal ein bisschen frech gesagt, sowas würde auch ein Taschentiep sagen oder ein Bankräuper. Also sehen Sie Politiker wie Spahn, Bouffier, Merkel oder Lauterbach als Schuldige? Mir kommt es nicht darauf an, schuldig. Politiker haben Entscheidungen zu treffen und die können richtig sein, sie können mittelmäßig sein, sie können falsch sein. In diesem Fall waren sie falsch. Gut, wichtig ist für die Gesellschaft, dass dort ein Einsehen stattfindet, dass ein optimaleres Vorgehen denkbar gewesen wäre, damit man beim nächsten Mal es besser macht. Was vielleicht noch wichtiger ist, dass man jetzt wieder Frieden schafft. Weil es ist ja doch zu einer erheblichen gesellschaftlichen Spannung gekommen über die Corona-Zeit. Das brauche ich ja kaum weiter auszuführen. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass man hier wieder die Lager zusammenführt und von der gegenseitigen Missachtung der Argumente herunterkommt. Und das führt zu nichts. Erlauben Sie mir mal, dass ich tatsächlich die Meinung der Straße wiedergebe. Also beispielsweise von den Hunderttausenden, die bei den Montagsdemonstrationen dabei gewesen sind. Die würden ja vielleicht sagen, das reicht mir hier nicht. Also warum stellt sich Heiko Maas nicht hin und sagt, ich habe Schutzausrüstung nach China verschenkt und deswegen hatten wir in Deutschland keine? Warum sagt den Spahn nicht, ja, ich bin verantwortlich für einen Milliardenschaden bei der Maskenbeschaffung? Warum sagt Angela Merkel nicht, ich habe Kinder gequält durch Schulschließungen, mir tut das leid? Das ist doch in etwa das, was tatsächlich auch von der Straße kommt, zu sagen, nein, mir reicht das nicht, dass wir jetzt hier ein bisschen über Verantwortung übernehmen sprechen. Deswegen brauchen wir diese klaren Aussagen. Ja, ich bin schuld daran. Sie haben völlig recht. Warum sagt Angela Merkel das nicht? Ich habe mich ja zu Angela Merkel auch in der Presse sehr deutlich geäußert. Angela Merkel ist in einer geschlossenen Erkenntnisblase gewesen und hat es nicht fertiggebracht, sozusagen dort einmal herauszutreten und die Dinge von außen zu betrachten und andere Berater heranzuholen. Das ist ein klassischer politischer Fehler für eine Führungsperson. Das hat es für einen Sinn, dass ich als Person, als Wissenschaftler, als Fachmann, da jetzt zu laute Töne anschlage. Ich kann nur geduldig und immer wieder darauf hinweisen, wo die Fehler lagen. Und letztendlich ist es ein politischer Prozess und ein gesellschaftlicher Prozess, der in Gang gesetzt werden muss und der dann den Forderungen auch der sehr deutlichen Corona-Kritiker Raum gibt. Ich halte es für notwendig, dass das passiert, weil sonst haben wir zu der Thematik keinen Frieden. Die spannende Frage ist, wie sowas dann aussehen könnte. Also eine Enquete-Kommission im Bundestag wird ja schwer 83 Millionen Menschen im Land erreichen. Gibt es da irgendeine Vorstellung von Ihnen, welche Kommission oder welches Prozedere es dafür geben könnte? Doch, da gibt es Vorstellungen. Es gibt ja auch bei uns und in anderen Ländern katastrophale Situationen politischer Natur, die aufgearbeitet worden sind. Und da empfiehlt sich durchaus ein zentrales Gremium. Enquete wäre eine gute Vorstellung, wobei jetzt die verbliebene Zeit der Legislaturperiode natürlich relativ kurz ist, um das noch wirklich vernünftig auf den Weg zu bringen. Kombiniert mit dezentralen, also meinetwegen auf der Basis der Bundesländer oder auch der großen Zentren organisierten, parallel laufenden Veranstaltungen. Und auch die Medien müssten sich hier einschalten. Sie haben ja in großen Teilen eine sehr einseitige Beteiligung gezeigt. Und die Foren öffnen. Das war ja von Anfang an, ich glaube, Herr Bruckner, der die Aufarbeitung in Österreich geleitet hat, die jetzt auch nicht weltbewegend war. Aber immerhin haben die Österreicher sich auf den Weg gemacht. Alexander Bruckner hat ja lapidar gesagt, warum hat man eigentlich nicht früher und warum auch nicht jetzt in einer der führenden Talkshows meinetwegen den Professor Stöhr mit anderen Leuten diskutieren lassen? Also warum macht man das eigentlich heute nicht? Und öffnet die Diskussion für diejenigen, die eine konstruktiv, fachlich unterfütterte Corona-Kritik vertreten können, fachlich vertreten können aufgrund ihrer eigenen Erfahrung. So, das müssen die Medien machen. Ich kann sie nicht zwingen, Herr Gollmann, ich kann sie nicht zwingen. Aber ich kann insofern das meine tun, indem ich unermüdlich diese Punkte benenne. Ich bin letztendlich da gar nicht pessimistisch. Die Gesellschaft kann sich nicht erlauben, das weiter zu unterdrücken. Übernehmt Verantwortung, appelliert Professor Matthias Schrappe. Er fordert damit die Entscheidungsträger der Pandemie auf, beispielsweise die Gesundheitsminister, aber auch das Robert-Koch-Institut und die Krankenhausleitungen. Schrappe war unter anderem Vorstandsvorsitzender der Universitätsklinik Marburg. Die deutsche Pandemie-Politik hat er bereits 2020 kritisch begleitet. Herr Schrappe, danke für Ihre Zeit. Vielen Dank, Ihnen auch. Der nächste deutsche Bundeskanzler heißt Friedrich Merz. Die einzigen Männer, die ihm das streitig machen können, heißen Markus Söder und Hendrik Wüst. Das ist die derzeitige politische und demoskopische Lage in Deutschland. Die CDU ist in den Umfragen die mit Abstand stärkste Partei und liegt bei um die 30 Prozent. Wer Karriere machen will, könnte in der Union in den kommenden Jahren gute Chancen haben. Unser nächster Gast hat sich ganz anders entschieden. Sie hat die Partei vor rund vier Wochen verlassen. Damit endeten 28 Jahre Parteimitgliedschaft. Zweimal konnte sie das Direktmandat für den Bundestag gewinnen und war Mitglied des Bundesvorstands der Frauenunion. Wir begrüßen Silvia Pantl aus Düsseldorf. Schönen guten Tag. Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Sie waren Bundestagsabgeordnete. Sie hatten unterschiedliche Ämter in der Partei. Können Sie uns Nicht-Politikern mal erklären, wie viel Lebenszeit Sie mit der CDU verbracht haben? Ja, also so wie Sie sagen, 28 Jahre Lebenszeit habe ich damit verbracht und ich bin ein politischer Mensch und es ging mir eben nie darum, etwas zu werden oder Karriere zu machen, sondern mir ging es immer darum, Themen zu setzen und das Beste für die Bevölkerung beziehungsweise für die Bürger, wo ich für verantwortlich war, zu machen. Ich habe eine große Familie. Ich sehe meine Enkelkinder wachsen und ich möchte, dass wir ein Deutschland in Freiheit und Frieden behalten und dafür setze ich mich ein. Derzeit läuft es sehr gut für die CDU. In Hessen konnte Boris Rhein ein starkes Ergebnis erzielen. In Berlin gibt es einen regierenden Bürgermeister CDU. Im Landesverband Nordrhein-Westfalen regiert Hendrik Wüst mit exzellenten Umfragewerten. Warum haben Sie diese Erfolgs-CDU verlassen? Weil es mir eben um Themen geht und ich die Inhalte zum Teil vermisse, die mir wichtig sind. Sie wissen, ich bin Familienmensch und mir war die Familienpolitik immer sehr wichtig. Die kommt im Grundsatzprogramm kaum vor und deshalb möchte ich besondere Gewichtungen auch in der Öffentlichkeit voranbringen. Und das sehe ich eben in Nordrhein-Westfalen nicht bei Hendrik Wüst oder eben auch sonst nicht innerhalb der CDU oder auch nicht im neuen Grundsatzprogramm. In Ihrem Brief an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz kritisieren Sie auch die Migrationspolitik und die innere Sicherheit. Wer ist denn da der Adressat? Also da kommen ja mehrere in Frage. Schäuble Seehofer als Bundesinnenminister, Kanzlerin Merkel, Ex-Ministerpräsident Laschet, Merz. Welche Entscheidung meinten Sie damit? Also ich meinte die Entscheidung 2015 und zwar, dass wir unsere Grenzen nicht mehr schützen, dass jeder ins Land hinein darf, dass wir das nicht korrigiert haben. Wir haben am Anfang aus humanitären Gründen gesagt, okay, die Leute, die sich da an der Grenze geballt aufgehalten haben und die Bilder, die uns präsentiert worden waren, waren ja kleine Kinder. Damit man da die Lage entspannt, lässt man sie erstmal rein, aber man hat eben die Grenzen nicht mehr dicht gemacht und wir wissen im Moment nicht, wer in unser Land hineinkommt. Und wenn sie sich ansehen, wie versucht wird, das Thema zu verschleiern, dann hatte ich mit meiner Befürchtung, die 2015 begonnen hatte, leider recht. Kürzlich gab es eine interessante Wortmeldung von Stefan Anpalagan, ein deutscher Journalist mit sri-lankischem Migrationshintergrund und der sagte im Presseclub, wir hatten mit den Italienern in den 60er Jahren Probleme wegen Messerdelikten, wir hatten mit Vietnamesen in den 90er Jahren Probleme, wir hatten Probleme mit Spätaussiedlern. Das heißt, die Probleme, die wir jetzt haben mit Menschen, die zu uns gekommen sind, die sind auch bloß von kurzzeitiger Natur, das wird sich alles einspielen? Also das kann ich nicht teilen, das werden keine Probleme von kurzer Dauer sein, weil die Migranten oder Ausländer, die jetzt nach Deutschland kommen, da kennen wir zum Teil weder den Namen, noch können sie lesen und schreiben. Die einzige Vorstellung, die sie haben, also von einem Großteil ist, sie wollen nach Deutschland kommen, um ein besseres Leben zu haben. Das kann man niemandem verwerfen, aber wir sind ein Industrieland, wo wir hohe Ansprüche an unsere Ausbildungsberufe stellen, wo wir ansonsten auch Ansprüche haben, man muss lesen, schreiben, rechnen können oder sollte man zumindest, man muss die deutsche Sprache erlernen und dann eben auch sehen, dass man in einen guten Ausbildungsberuf weiterkommt, damit man auch für seine Rente sorgen kann. Da fehlt bei ganz vielen die Voraussetzung. Man kann nichts verallgemeinern, aber die Statistik der Polizei und der Straftaten zeigen gerade von der kleineren Gruppe der Migranten, die die höhere statistische Verbrechensrate füllen, dass hier eine ganze Menge im Argen liegt. Und wenn sie sich ansehen, was bei uns in den Schulen läuft, früher war es so, und das konnte man eben dann einfacher auch die Kinder integrieren, da waren 20 deutsche Kinder, die Deutsch sprachen und drei oder vier Ausländerkinder, die nicht der deutschen Sprache mächtig waren. Und das hat sich dann ganz schnell erledigt. Das hat sich leider umgekehrt. Wir haben zum Teil Klassen, da sind 15 bis 18 Kinder aus anderen Nationen, die kein Deutsch können. Und wie wollen sie da wen integrieren? Sie selber waren acht Jahre lang Abgeordnete des Deutschen Bundestages und zwar von 2013 bis 2021. Das waren die Merkel-Jahre, die Wir-schaffen-das-Jahre. Was haben Sie denn damals unternommen gegen diese Migrationspolitik? Also ich habe mich im Innenausschuss für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz engagiert. Ich habe mit anderen Kollegen, also ich bin Sprecherin des Berliner Kreises gewesen, zusammengetan. Und wir haben versucht, dagegen zu stimmen und dagegen zu agieren, dass man die Grenzen nicht bewacht und auch, dass man nicht sieht, wer bei uns reinkommt. Ich habe Herrn Seehofer unterstützt, dass er eine Höchstzahl, die wir verkraften können, nach Deutschland reinlässt. Also ich habe sehr viel gemacht. Ich habe unterstützt. Sie können sich auch an den Migrationspakt erinnern, den Frau Merkel unterschrieben hat. Da gibt es ja auch in Deutschland ganz falsche Vorstellungen. Das war nichts, was der Bundestag hätte beschließen können, sondern das hat unsere Kanzlerin nur unterschreiben können. Und wir als Abgeordnete haben die wesentlichen Dinge, die wir für gefährlich gehalten haben für unsere Gesellschaft, versucht zu entschärfen. Wir selber hatten gar kein Mitspracherecht sonst. Also ich habe überall da, wo man mir als Abgeordnete die Möglichkeit gelassen hat oder ich sie gesehen habe, gegen den Wahnsinn, der gerade in unserem Land läuft, gegenzuarbeiten, habe ich das gemacht. In dieser Merkel-Zeit ist die AfD groß geworden. Jetzt hat sich die Werte-Union gegründet, zu der wir gleich kommen werden. Was natürlich rückblickend ganz interessant wäre, Angela Merkel hat ja mehrere Positionen abgeräumt, die vorher eigentlich den Konservativen zugeschrieben wurden. Sie hat den Atomausstieg dann exekutiert, die Homo-Ehe, Wehrpflicht ausgesetzt, Ausländeranteil massiv steigen lassen, Kohleausstieg. Wie hat Angela Merkel das eigentlich geschafft gegen konservative Kräfte in der CDU? Können Sie das erklären? Ja, das kann ich gerne erklären. Wir wurden überhaupt nicht gefragt. Frau Merkel hat einfach gemacht. Wir sind noch am Infostand gewesen und haben für eine Verlängerung der Laufzeiten für die Atomkraftwerke geworben. Und dann hat sich Frau Merkel widerrechtlich nach meiner Einschätzung hingestellt und hat in der Öffentlichkeit erklärt, dass wir jetzt aussteigen. Also sie hat uns alle sehr überrascht. Niemand wurde gefragt. Es wurde in der Partei auch nicht diskutiert. Das hat sie im Alleingang gemacht. Also dasselbe war bei der Aussetzung der Wehrpflicht. Da wurde nicht innerhalb der Partei diskutiert, sondern das wurde einfach beschlossen. Und ich kann Ihnen ein anderes Beispiel aufzeigen. Das war eine Diskussion zum Elektroauto. Da sind sämtliche Fachausschüsse zu dem Ergebnis gekommen, dass das Elektroauto noch unausgegoren ist. Wir schädigen die Entwicklungsländer, weil wir durch die seltenen Erden dort die anderen Länder sehr belasten, damit wir sagen können, wir hätten ein sauberes Fahrzeug. Dann wissen wir nicht, welchen Energiemax wir gerade tanken. Hinterher, wenn das Auto verschrottet werden soll, wissen wir auch noch nicht, wie wir damit umgehen. Also ganz viele ungeklärte Dinge. Wir waren sehr kritisch und zwei Stunden später habe ich den Fernseher angemacht und habe in den Nachrichten gehört, ohne dass wir gefragt wurden, dass wir das Elektroauto subventionieren. Ich kann Ihnen sagen, es gibt bis heute noch keinen Beschluss der Fraktion oder der CDU, dass wir aus der Kohle aussteigen. Das Einzige, was es an Beschluss gegeben hat auf dem Parteitag, ist, dass wir eine Kommission damit beauftragen, zu prüfen, ob das geht, welche Nachteile das hat. Aber danach wurde das nirgendwo diskutiert. Das Thema CDU ist für Sie jetzt erstmal vorbei. Sie haben selber fünf Kinder. Wir haben gerade gehört, Sie haben auch noch Enkelkinder. Warum haben Sie nicht einfach gesagt, jetzt war es das noch in Politik, stattdessen haben Sie gesagt, ich trete jetzt in die Werteunion ein? Ich habe das deshalb gesagt, weil ich eben Enkelkinder habe und weil ich möchte, dass meine Enkelkinder in Frieden und Freiheit groß werden und dass unsere Familien bessere Rahmenbedingungen haben. Ich kenne Herrn Maaßen schon sehr lange. Das war ja auch mit der Grund, warum ich gesagt habe, so geht das nicht und so geht man auch innerhalb der CDU nicht miteinander um. Herr Maaßen hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe mit Herrn Seehofer telefoniert und habe gefragt, ob es da irgendetwas gäbe, was ich nicht wüsste. Und er hat gesagt, das war der beste Mitarbeiter, den er je hatte und der würde ihn auch jederzeit wieder einstellen. Also insofern hat der Mann einen untadeligen Ruf. Man versucht ja gerade daran zu kratzen. Ich finde das ungeheuerlich. Dann hat er versucht, sich ordentlich zu wehren. Er hat einen Prozess, also quasi in den Strukturen der CDU gewonnen. Was hat man gemacht? Man geht in Revision und nimmt ihm seine Parteirechte. Das heißt, man stellt ihn damit politisch kalt. Und das ist etwas, das geht gar nicht. Und wenn ich mir dann noch angucke, und das war so das oberste Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, nee, das geht jetzt wirklich nicht. Ich bin auch in der CDU tätig gewesen, weil ich gegen die Legalisierung von Cannabis gearbeitet habe. Ich war jetzt ein ganzes Jahr lang mit dem Thema beschäftigt. Ich wollte wirklich wissen, was ist richtig und was ist nicht. Was schadet unserer Jugend und unserer Gesellschaft? Und es schadet sehr. Es verbessert nichts. Alles, was es verspricht, hält es nicht. Also mit den Dingen, mit denen bei der Legalisierung von Cannabis geworben wird. Das funktioniert alles nicht. Und dann geht jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, Herr Wüster und enthält sich. Ich weiß, dass das eine Absprache ist, wenn man sich nicht einig ist mit einem Koalitionspartner, dass man sich dann enthält. Aber mit solchen Enthaltungen, mit solchen nicht klar Paul halten oder eben auch ein Krach innerhalb der Koalition heraufbeschwörend, setze ich natürlich nur Politik der Grünen um, wenn es darauf ankommt. Und das ist eine Sache, das geht für meine Begriffe nicht, weil gerade die Legalisierung von Cannabis unserer Jugend und unserer Gesellschaft ganz, ganz massiv schaden wird. Da haben wir jetzt schon mal einen Ansatz, in welche Richtung das dann gehen soll. Sie werden am 30.04. einen gemeinsamen Auftritt mit Hans-Georg Maaßen haben. Was werden weitere Politikfelder sein, wo Sie sagen, da müssen wir ran? Also beispielsweise in der von Ihnen aufgeworfenen Migrationsfrage, wie würden Sie da neue Schwerpunkte in der inneren Sicherheit setzen? Also für mich ist es ganz wichtig, dass alle Kinder Deutsch sprechen, dass auf dem Schulhof Deutsch gesprochen wird. Das hat jetzt auch etwas mit dem leichteren Erlernen der deutschen Sprache zu tun. Also diese ganzen Gender-Regeln sind nicht logisch. So kann man Ausländern auch keine Sprache beibringen. Das müsste als erstes aufhören. Dann müsste klar sein, dass man auch sieht, welche Religionen gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau verstoßen. Wir haben ganz viele Probleme mit dieser Parallelgesellschaft, wo Jungslehrerinnen nicht anerkennen und auch Mädchen oder eben Frauen nicht so viel wert sind. Also ich hatte vor 20 Jahren gedacht, das hätten wir alles gut erledigt. Und es wäre in unserer Gesellschaft angekommen, dass Mädchen und Frauen die gleichen Rechte haben. Aber hier haben wir ja gerade einen Angriff von zwei Seiten. Also die ganzen Frauenrechte, die wir erstritten haben, das machen die Grünen uns mit dem Selbstbestimmungsgesetz kaputt. Und auf der anderen Seite ist die Nichtgleichwertigkeit oder Gleichberechtigung von Frauen im Islam auch ein Thema. Und da müsste man sich mit beträtigen und das muss man aufarbeiten und benennen. Und wenn sie sich ansehen, dass alle, die versucht haben, den Islam demokratiefähig zu machen, weil wir uns ja hoffentlich darüber einig sind, dass wir keine Friedensrichter wollen, dass wir kein Scharia-Recht wollen, sondern dass bei uns unsere Richter Gesetz sprechen. Dafür müssen wir ein bisschen mehr tun, weil das läuft in der Praxis gerade ganz anders ab. Und insofern brauchen wir klare Regeln. Und wenn wir diese klaren Regeln nicht benennen und aufzeigen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sich da keiner dran hält. Silvia Pantel hat die CDU verlassen. Nach rund 28 Jahren und zwei Legislaturen im Deutschen Bundestag hat sie im März ihren Austritt bekannt gegeben. Nun folgte der Eintritt in die Werteunion. Wir sprachen mit ihr über konservative Politik, der Zukunft und Vergangenheit. Frau Pantel, herzlichen Dank. Gerne. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell am Freitag. Wir sprachen über die ökonomische Lage Deutschlands, über die Fehler in der Corona-Zeit und über konservative Politik. Unsere Interviews mit Professor Stefan Kurz, Professor Matthias Schrappe und Silvia Pantel können Sie auf unserer Internetseite kontrafunk.radio natürlich noch einmal hören. Und ein Besuch auf dieser Internetseite lohnt sich gleich doppelt. Denn dort finden Sie alle Informationen zu unserer Geburtstagsgala in Dresden. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt wieder neue Eintrittskarten. Das wird eine ganz große Sause mit über 2000 Kontrafunk-Hörern. Dann auf der Bühne vor Ort mit Uwe Tellkamp, Uwe Steimle, Marco Riemer, Peter Hane, Barster Berlin, Doppelwumms in Dresden und einigen mehr. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie. Also, Karten gibt's auf kontrafunk.radio. Mein Name ist Benjamin Gollme. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und habe noch einen letzten Tipp für Sie. Matthias Matusek widmet sich heute Abend dem Selbstbestimmungsgesetz. Ab 20.05 Uhr bei Kontrafunk. Untertitelung des ZDF für funk, 2017